Hallo YouTube, mein Name ist Fehlgamer oder auch Grabenfehl und heute kommt ein FIQ von mir heute hier draußen in der schönen Natur hinter der Kamera Krarotube, der mir heute die ersten Fragen stellen mir. Okay, zur ersten Frage, was passiert mit deinem Kanal, du wolltest ja etwas verändern. Ja, dazu werde ich erst in einem neuen Video was sagen, wo jetzt die nächsten Tage auch mal hochgeladen wird, also von dem her, ja, das nächste Video dann. Okay, kommen wir zur nächsten Frage, bringst du mal wieder Battlefield auf deinem Kanal? Ja, Battlefield habe ich schon sogar schon 2-3 Folgen vor aufgenommen, muss ich nur noch hochladen, wie ihr wisst, ich habe nicht das beste Internet, das geht immer ein bisschen, aber die nächsten Tage wird bestimmt wieder mal was kommen. Okay, die nächste Frage bitte. Fuck Junge, was war das? Fuck, was war das? Fuck, was war das? Fuck, was war das? Fuck man, Alter. Was war das? Was war das? Alter, ist sie gut? Ich glaube, es war ein Alien, Alter, dass sie mich weg haben. Ja, lass weg, lass weg, lass weg, lass weg, lass weg. Ja, lass weg, lass weg. Lass weg, lass weg, lass weg, lass weg, lass weg, lass weg. Hi! rot weg, lass weg, lass weg, lass weg weg.